Streichende bei der VSG, wir sind die Marxistische Jugend München und wir möchten euch unsere Unterstützung vor eurem Kampf aussprechen. Euer Streich ist ein beispielhafter Kampf. Wir haben hier in München auch schon Kämpfe in den Krankenhäusern unterstützt, wie bei Helios in Dachau oder den Kampf der Krankenhausbeschäftigten im öffentlichen Dienst. Und wir treten mit euch für die Forderung ein nach einer Anpassung an den TVED und fordern mit euch gleiche Lohn für gleiche Arbeit.